Mit seiner BruteForce 750 EPS stellt Kawasaki eins der dienstältesten ATVs in seinem Segment. Im Jahr 2011 präsentiert, hat der japanische Hersteller sein Zweizylinder-ATV im Laufe der Jahre eher behutsam Modell gepflegt. Nichtsdestotrotz kann sich die Cover auch im heutigen Vergleich sehen lassen. Schließlich stellen die Japaner mit ihrer BruteForce 750 EPS das schnellste und sportlichste ATV in diesem Bereich. Mit kurzem Radstand ausgestattet und angetrieben von einem Zweizylinder mit 749 Kubik sprintet die BruteForce in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Bis 70 kmh hält die nominell nur 49,8 PS starke Cover sogar mit der aktuellen Canem Outlander 1000 und Polaris Sportsman XP 1000 mit. Top sind auch der Wendekreis der BruteForce 750, 5,75 Meter, sowie die Bremsen. Statt zweier Scheiben greift an der Hinterachse eine große Ölbad-Meerscheibenbremse an, die im Gelände nicht verschmutzen kann. Insgesamt ankert das ATV aus 70 kmh bereits nach 25,3 Metern. Der Haken dabei, abgesehen davon, dass die Ausstattung der Kawasaki mit einem Rundrohrgepäckträger, fehlender Seilwinde sowie fehlender Parkstellung in der Schaltkulisse nicht mehr so recht in unsere Zeit passt, macht sich der Hersteller keine Mühe, seinen Überflieger den europäischen Zulassungsbestimmungen anzupassen. Die deutsche Kawasaki-Niederlassung ignoriert die BruteForce und überlässt den Import ihren beiden Händlern Quad House in Niedereschach-Fischbach und Sackstedter in Saarlouis. Allerdings, die beiden machen einen richtig guten Job und bieten das Spaßmacher-ATV inklusive Loft-Zulassung für rund 10.800 Euro an. Für Resteuropa ist die schnelle Cover freilich tabu. Die Loft-Zulassung gibt's nur in Deutschland, in allen anderen europäischen Ländern wird's schwierig mit der Straßenzulassung.